Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen AmiBlue Lounge zum Thema Systemlösungen für Löschwasserspeicherung. Unser Experte ist Uwe Pläts, langjähriger Fachmann und Praktiker für GFK Speichersysteme. Hallo Uwe, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte auch allen Teilnehmern, die heute da sind, danken und wir schauen mal, warten noch ein bisschen, bis die letzten angekommen sind. So, schauen wir mal. Ja, guten Morgen auch an alle im Chat. Ich sage vielleicht ganz kurz noch mal, während wir warten, ein paar organisatorische Informationen. Und zwar gerne können Sie uns Fragen stellen während der Präsentation. Einfach in den Chat reinschreiben. Ich lese die auf jeden Fall und ich gebe das dann weiter an unseren Experten. Der Uwe Pläts, der wird versuchen, während der Präsentation die Fragen zu beantworten. Wenn wir nicht dazu kommen, auf jeden Fall im Anschluss an die Präsentation. Also seien Sie versichert, Ihre Fragen werden beantwortet heute. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht geht, machen wir es im Anschluss und probieren es vielleicht über Mail oder später Kontaktaufnahme. Gar kein Problem. Also scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen. Dafür sind wir heute da. Dafür hat sich unser Experte heute die Zeit genommen. Gut. Uwe, ich würde sagen, du kannst doch anfangen, oder? Okay. Gut. Ich mache mal die Präsentation an. Also, wir wollen heute über Löschwasserspeicherung sprechen. Speziell über Fertigteilbehälter aus GfK für die Löschwasserspeicherung. Ich hatte mir folgendes Prozedur vorgestellt. Wir erzählen, wir reden erst mal kurz über Grundlagenlöschwasserversorgung. Sprechen dann über die Behälter an sich von der Firma Armee Blue, Werkstoff, Konstruktion, Ausführung. Ich würde dann einen kurzen Überblick geben über Montage und Einbau und vielleicht am Ende noch ein paar Beispiele, ein paar Einbaubeispiele zeigen, wie es dann im Endeffekt so auf der Baustelle aussehen könnte. So, beginnen wir mit Grundlagenlöschwasserversorgung. Die Erschließung mit Löschwasser von Flächen, die eine Nutzung haben, egal welcher, zum Beispiel Wohnen, Industrie, Gewerbe, ist ein essentielles Kriterium, um die Anforderung der Bauordnung, nämlich wirksame Löscharbeiten durchzuführen, gerecht zu werden. In der Regel stehen da der Feuerwehr im unmittelbaren Umgebung der Brandstelle genügend Löschwasser zur Verfügung, das zum Beispiel aus Hydranten der zentralen Wasserversorgung entnommen werden kann. Die Ergiebigkeit von Hydranten ist jedoch auch nicht unbegrenzt und bei Großbränden kann es dort der Löschwasserbedarf schnell die Kapazität dieser Entnahmestellen schnell übersteigen. Und dadurch ist die Frage nach der ausreichenden Bemessung der Löschwasserversorgung insbesondere bei Objekten mit großen Brandabschnitten oder großer Brandlast sehr wichtig. Für die Löschwasserversorgung gibt es dafür auch verschiedene Vorschriften und Normen, zum Beispiel für die Versorgungsleitungen an sich und die Hydranten ist das das DVQW-Arbeitsblatt W331. Und für die unabhängigen Löschwasservorräte, sprich Löschwasserteiche, Löschwasserbrunnen, Sauganschlüsse gibt es entsprechende Normendienst. So auch die unterirdischen Löschwasserbehälter, wo wir mit unseren Röhrenbehältern uns dann befinden, da ist speziell die DIN 14 230 dafür zuständig. Im DVQW-Arbeitsblatt W405 finden wir die Grundlagen für die Ermittlung des Löschwasserbedarfs. Da gibt es dort diese Tabelle, wo drin steht, was die Mindestwerte für den Löschwasserbedarf bei bebauten Flächen, was man dort nehmen muss. Die Tabelle berücksichtigt die bauliche Nutzung und auch die Gefahr der Brandausweitung. Die erforderliche Löschwassermenge muss dabei in einem Umkreis von 300 Metern vom Objekt entnommen werden können. Man muss einkalkulieren, dass dort Hindernisse wie Autobahnen, Bahnlinien und so weiter, dass man die mit berücksichtigt und die Mindestzeit für eine Entnahme muss mindestens zwei Stunden betragen. Uwe, eine Frage, du hast vorhin am Anfang gesagt, unterirdische Wasserspeichersysteme oder Löschwasserspeichersysteme. Das heißt, auch nur wirklich unterirdisch, die kann man nicht oben freistehend hinstellen? Sicherlich geht es auch freistehend, dann würden wir es mit unserer Bauweise eher Richtung, ich nenne es mal Schächte realisieren. Also mit den Behältern, von denen ich jetzt spreche, geht es eher in die unterirdische Richtung, also eingegraben. Aber eine oberirdische Variante wäre auch möglich, wenn man das aus irgendwelchen Gründen braucht? Wäre möglich, müsste man dann modifizieren, ich sage mal, dann würde ich mit Sicherheit kein Stecksystem nehmen, sondern würde eine Verbindung laminieren, um dann im Behälter zu verbauen, müsste ich dann noch ein spezielles Harz zu nehmen, wegen der UV-Einstrahlung durch Sonnenlicht, was ich an der Erde so nicht habe. Ansonsten ist es dann auch machbar, das ist richtig. Okay, wollte ich nochmal klarstellen. Dankeschön. Okay, gut. Die unterirdischen Löschwasserbehälter werden in der DIN 14230 beschrieben. Hier finden wir vor allen Dingen konstruktive Standards für die Behälterauslegung. Dabei darf die Behälterform beliebig gewählt werden und an die örtlichen Verhältnisse angepasst werden. Es gibt grob gesehen, sage ich mal, zwei Behälterausbildungen. Entweder ich sage, ich kriege das Gesamtvolumen in einen Einzelbehälter hin oder ich muss mir das Gesamtvolumen auf mehrere untereinander verbundene Behälter aufteilen. Die wichtigste Grundlage ist, der Behälter muss gegenüber den einwirkenden Kräften stand sicher und dauerhaft dicht sein. Dann gibt es in dieser DIN noch so einige Hinweise, wie wir diese Löschwasserbehälter klassifizieren. Zum Beispiel nach dem Fassungsvermögen. Es wird hier unterschieden, ein nutzbares Volumen. Es ist ungefähr so zwischen 75 und 300 Kubikmeter. Die DIN-Klasse zieht es dann in kleine Behälter, so 75 bis 150 Kubikmeter. Mittlere Behälter über 150 bis 300 Kubikmeter und große Behälter über 300 Kubikmeter Behälter. Die Wassertiefe ist dazu zu beachten, dass es die geodetische Saughöhe 7,50 Meter nicht überschritten werden darf. Das ist vor allen Dingen bei der Berechnung der Löschwassermenge zu beachten. Wir haben eine Lüftung vorzusehen. Im Behälter sollte es ein Luftpolster geben, 100 Millimeter über Wasserspiegel bis zur Behälter der Decke. Und als Kernaussage für jedes Saugrohr muss ungefähr ein Lüftungsrohr mit mindestens 100 Millimeter Durchmesser vorhanden sein. Dabei darf das Lüftungsrohr entweder in die Schachtabdeckung integriert sein oder auch in unmittelbarer Nähe des Saugrohres angebracht sein. Kernaussage weiterhin ist, bei mehreren Behältern muss jeder Behälter einen Lüftungsdom haben. Die Behälter müssen frostisch eingebaut sein. Das heißt, der Löschwasservorrat muss jederzeit eisfrei sein. Zu den Saugrohren gibt es in der DIN folgende Ansage, dass je nach Fassungsvermögen eine gewisse Anzahl von Saugrohren vorhanden sein muss. Man spricht hier bei den kleinen Behältern 75 bis 150 Kubikmetern von mindestens einem Saugrohr, dann bei 150 bis 300 Kubikmetern mindestens zwei und über 300 Kubikmeter mindestens drei Saugrohre. Die Saugrohre müssen einen Innendurchmesser von 125 Millimetern haben und nach oben, also über der Erdüberfläche, einen Sauganschluss nach DIN 14 244 haben. Wenn ich mehrere Behälter zu einem verbinde, also praktisch mehrere Einzelbehälter verbinde, um ein größeres Volumen herzustellen, müssen die Verbindungsleitungen mindestens den vierfachen hydraulischen Querschnitt aller Saugleitungen in den Einzelbehältern haben und es muss eine gute Beschilderung, eine dauerhaft gut sichtbare Beschilderung bei der Löschwasserstelle aufgebaut werden mit Schildern nach DIN 40 66 B2 beziehungsweise D2. In der DIN wird weiter beschrieben, dass man die Behälter entweder mit und man sieht hier diesen Pumpensumpf, man sieht, was er für grob für Abmaße haben muss, knapp 800 Millimeter in der Länge und je nachdem, wie viele Saugrohre ich dort einbaue in der Breite, die sind hier beschrieben. Man sieht, dass man hier den Bereich des Nutzvolumens hat und dass man hier einen Bereich hat, der praktisch nicht für das Volumen mit angerechnet werden kann. Man sieht, dass der hier mindestens einen Abstand von 150 Millimetern hat im Pumpensumpf drin und man darf über dem Saugrohr einen Mindestabstand von 500 Millimetern darf das Wasser nicht angerechnet werden und wenn ich eine Anti-Wirbel-Platte einbaue, kann man den reduzieren auf 100 Millimeter. Diese Anti-Wirbel-Platte hat im Endeffekt die, man sieht sie hier nochmal dargestellt, ich zeige sie später auch nochmal auf einem Bild, die hat die Funktion, wenn in dem Saugrohr ich das Wasser ansauge, entsteht ein Saugtrichter. Irgendwann würde dann dort praktisch Luft ziehen und man sieht kein Wasser mehr. Und um den zu entgehen, setzt man so eine Anti-Wirbel-Platte drüber und kann dadurch diesen Saugtrichter eindämmen. Das zeigt dann praktisch auch diese Höhe über dem Saugrohr, die dann noch das nutzbare Volumen dort angibt. Sieht, wie gesagt, beim Pumpensumpf so aus. Uwe, diese planerische Informationen, die liefert ihr dann auch dem Kunden, oder? Die unterstützt dann bei der Planung von diesem System. Genau. Ich komme dann nochmal auf diese Varianten mit und ohne Pumpensumpf zurück. Also erst mal grob, es gibt diese Hinweise, wie ein Pumpensumpf auszuführen ist bei solchen Behältern, welche Grundmaße er braucht, wo man den Normwasserspiegel dann ansetzt, wo das Volumen, dieses Nutzvolumen dort, wie man das einrechnet. Und dann gibt es die Variante ohne praktisch ohne Pumpensumpf, wo man das Saugrohr praktisch einfach in den Behälter reinstellt und man sieht im Endeffekt dieselben Anforderungen, auch wieder ohne Antivirbel-Platte fängt das Nutzvolumen erst 500 Millimeter über dem Saugrohr an, beziehungsweise mit Antivirbel-Platte schon bei 100 Millimetern. Ich sage mal so, der Pumpensumpf bringt bei diesen Röhrenbehältern vielleicht eine Einsparung in der Behälterlänge, weil ich ja ich sage mal, damit das Nutzvolumen ein bisschen steigern, beziehungsweise in dem Behälter sich das minimiert, wenn ich keinen Pumpensumpf nehme. Es ist so, ich sage mal, wenn ich den Pumpensumpf einbaue in den Behälter, habe ich etwa, kann ich damit, sage ich mal, ein, zwei Meter in der Baulänge einsparen. Die Hersteller von Röhrenbehältern, Kunststoff wie auch Beton, lassen gerne diesen Pumpensumpf weg, was auch erlaubt ist. Moment. Ja, lassen den weg. Ich zeige Ihnen dann auf dem nächsten Bild noch, warum. Ich gehe noch mal ganz kurz in den Behälter Werkstoff hier reiten, und zwar die GFK-Behälter, und ich möchte jetzt gar nicht großartig darauf eingehen, auf was GFK eigentlich basiert. GFK ist ein Glasfaserverstärkter Kunststoff. Ich habe, der basiert auf Glas, Harz und Sand und einigen Zusatzstoffen wie Beschleuniger und Herter. Das Wichtigste, wo ich eigentlich darauf hinweisen will, ist, GFK-Rohre sind ein Vollwandsystem. Also, ich habe nicht irgendwo eine dünne Innenschicht mit draußen ein paar Versteifungsrippen drauf. Nee, ich habe eine durchgängige tragende Wandstärke. Das merkt man auch, dass diese Rohre zwar ein biegeweiche Rohre sind, aber sehr viel mehr vertragen in der Richtung Verformung. Die werden sich weniger verformen, als beispielsweise andere Kunststoffrohre. Der Behälter, von dem wir bei AmiBlue sprechen, als Standardbehälter, sieht in etwa so aus. Sie haben Endstücke, womöglich, ich sage mal, je nach Fassungsvermögen, hier noch Rohrsegmente dazwischen. Sie haben einen Einstieg, haben, erfolgt hier über einen Konus, einen Einstiegsdom DN1000. Man hat hier dieses Saugrohr mit dem Löschwasseranschluss. Und ich habe praktisch diesen Anschluss, wo ich den Entlüftungsdom anbringen kann. Ich habe zumindest einen Anschluss, den ich als Überlauf nehmen kann. Optional gibt es auch noch weitere Anschlüsse, wo ich sage, entweder ich bringe extern das Wasser hier schon herein und fülle es hier. Oder ich habe die Möglichkeit, wenn ich diesen Stutzen weglasse, dass ich den Behälter, genauso wie ich hier die Wasserentnahme über diesen Saugstutzen mache, kann ich den auch befüllen. So sieht der Standardbehälter aus. Und Sie sehen, er hat hier erst mal standardmäßig keinen Pumpensumpf, weil wir dann hier transporttechnisch andere Sachen berücksichtigen müssten, was dann in die Transportkosten sich niederschlägt. Und ich sage mal, der Gewinn, den ich mit diesem Pumpensumpf erziele und hier vielleicht einen halben Meter weniger Rohr transportieren muss, den büße ich hier wieder ein durch die erhöhten Transportkosten. Deswegen werden Sie bei Röhrenherstellern diese Variante mit Pumpensumpf selten finden. Sie ist dennoch machbar. Ich sage mal, wenn Sie sehr beengte Verhältnisse haben, wo ich wirklich schauen muss, dass ich den Behälter in einer gewissen Länge unterbringen muss, dann ist das eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich den Pumpensumpf einbringe, kann ich hier an der Länge noch sparen. Standardmäßig ist es so nicht der Fall. Es ist optional, aber auf alle Fälle machbar. Man sieht es hier mal als Bild. Ich habe das hier mal reingebracht. Man sieht hier die Antivirbelplatte, man sieht hier den Pumpensumpf. Und wenn Sie sehen, wir reden hier von Rohren, Durchmesser 2,40 Meter bis 3 Meter, dann haben Sie dann irgendwo ein Transportproblem, wenn Sie den hier noch aufstellen müssen und alles, kommen Sie schnell in Bauhöhen von 4 Metern, wo es dann darum geht, Transportgenehmigung, Sondergenehmigung und so weiter und so fort. Und da ist jeden Zentimeter, den Sie hier unten drunter einsparen, baures Geldwert, was auch an den Kunden geht, was sich dahingehend praktisch niederschlägt, dass man hier Geld einsparen kann, was man allerdings dann in der Länge zusetzen muss. In der Konstruktion sieht es so aus, wir haben den Standardbehälter einstrengig, hier schon mal gezeigt, mit noch mehreren Rohrsegmenten, um praktisch größere Volumina da mit reinzubringen. Es gibt auch die Variante, dass sich die Behälter, dass sich die Versatzleitungen praktisch mit, dass man die Sauganschlöse und auch die Lüftungsdome seitlich versetzt, dass man dort noch Versatzleitungen einbaut. oder diese Sache, mehrere Behälter mehrstrengig, die man dann mit einer Verbindungsleitung zusammenführen muss, oder aber zum Beispiel Behälter, die ich abgewinkelt oder den Gegebenheiten angepasst irgendwo ins Baufeld mit einpassen kann. Standardmäßig haben wir uns bei AmiBlue auf drei Nennweiden geeinigt. Im Endeffekt, ich habe in den Nennweiden DN 2400, DN 2700 und DN 3000 die verschiedenen Volumina in Abstufungen einmal 50, 75, 100, 150 bis 300 Kubikmeter. Ich habe dort die gewissen Baulängen und diese Behälter können wir standardmäßig in relativ kurzer Zeit liefern. Heißt aber nicht, dass man, sage ich mal, andere Baulängen nicht auch bauen können oder andere Nennweiden. Wenn es zum Beispiel einbautiefenmäßig irgendwo Probleme gibt, kann man auch gerne noch reden, dass man sagt, man geht zum Beispiel auf DN 2200 runter oder beziehungsweise auf DN 2300 lässt sich alles machen, ist dann aber eben kein Standard mehr, muss man drüber reden, lässt sich auch bauen, muss bloß eben preislich anders dargestellt werden. Noch ein paar Hinweise zur Montage. Grundsätzlich ist es so, AmiBlue liefert die Behältersegmente auf die Baustelle und dort müssen sie verbunden werden. Dies kann zum einen mittels eines Baggers in einem offenen Graben passieren, ist bei kleineren Nennweiden die einfachste Möglichkeit der Montage. Ich nehme ein Kantholz, ausreichend dimensioniert, stelle den Bagger davor und praktisch schiebe die Rohre und die Muffe. Grob als Montagekraft haben wir hier die Faustformel 2 mal DN, das heißt bei DN 2400 bis 2600 etwa DN 2 mal durch 1000 in Tonnen, heißt so ungefähr zwischen 4,8 und 5,2 Tonnen in den kleinen Nennweiden und 3 mal DN, also so zwischen 6 bis 9 Tonnen bei den großen Nennweiden, dass man grob weiß, was man bei dem Bagger dort so auswählen muss. Sollte das mal nicht möglich sein, dass ich den Bagger hier in den Rohrgraben mit hineinbringe, gibt es auch, also hier nochmal die Möglichkeit, entweder ich die, wenn der Bagger in den Rohrgraben drinsteht, gibt es auch die Möglichkeit, ich mache mir ein Eisenkreuz, was ich an die Schnellwechseleinrichtung ranmache und kann dadurch schneller die Montage herstellen. Müsste man dann schauen, dass man eben an Eisenkreuz noch ein bisschen einen Gummiansatz ranbringt, dass man die Spitzenden noch ein bisschen schützt. Wenn das nicht Möglichkeit ist, mit den Bagger zu montieren, gibt es auch die Möglichkeit, die Behältersegmente mit Kettenzügen zusammenzuziehen, dann bieten wir die optionale Möglichkeit, dort Anschlagspunkte, die Sie hier sehen, an die Behälterteile anzubringen, mit denen man dann die Behälterteile in beengte Baugruppen absenken kann und auch dann diese Behälterteile zusammensetzen kann. Das heißt aber, ein Bagger reicht in der Regel eigentlich aus. Wir brauchen keinen Kran oder sowas. Machen wir es mal so. Also es kommt drauf an, wie viel Platz ich auf der Baustelle habe. Wenn ich hier nochmal zurückgehe, sehen Sie, wenn ich hier eine behälschte Baugrube habe und ich dort mit dem Bagger arbeiten kann, ist es möglich, dass ich mit dem Bagger die Behälterteile reinsetze und diese auch verbinde. Das ist manchmal, ich sage mal, in Gewerbegebieten, wo ich frisch aufbaue, möglich. Allerdings kann es auch tatsächlich sein, ich habe wirklich nur diesen, dieses Baufeld hier zur Verfügung und dann wird es natürlich mit dem Bagger eng und dann könnte ich wahrscheinlich noch die Bauteile mit dem Bagger reinsetzen, aber dann muss ich schauen, dass ich irgendwo hier die Montage mir anders gestalte und das war der Hinweis, dass das hier geht. Grundsätzlich ist es halt so, dass ich mit dem Autokran dort ein bisschen gefühlvoller arbeiten kann. Ich möchte hier gerne noch ein paar Beispiele zeigen. Das ist zum Beispiel ein Löschwasserbehälter DN2400, 100 Kubik. Hier haben wir komplett nur mit einem Bagger gearbeitet. Lieferung der Teile, Einbau war etwa an den halben bis dreiviertel Tag erledigt. Man sieht hier, man sollte also beim Abladen auch für ausreichend Anschlagsmittel sorgen, sprich Schlupfe und so weiter und so fort, dass man möglichst, ich sage mal hier in dem Rohrbereich bis zum Kämpfer mit Schlupfen arbeitet und dann weitergehend kann man dann mit den Ketten arbeiten. Wir sollten es vermeiden, hier die mit den Ketten irgendwo unter die Rohre zu kommen, um dort mögliche Beschädigungen irgendwie ein bisschen fernzuhalten. Man sieht hier, er hat hier Schlupfe genommen. Wir setzen das mit dem Bagger hier rein in die Baugrube und haben praktisch diesen Behälterteile mit dem Bagger zusammen montiert, also gekuppelt. Das ist ein großer Behälter, den 3000 in 200 Kubik. Man sieht, es war ein Teil auf der Baustelle. Hier sieht man auch, dass man bei solchen Baustellen zum Beispiel mit dem Bagger nicht mehr rankommt. Hier haben wir dann die Option gewählt, dass man die Bauteile untereinander mit diesen Versetzhilfen dann praktisch mit Handkettenzügen miteinander verbunden haben. Sieht man praktisch dann auch den Einbau, wie es dann tatsächlich am Ende aussieht, mit Beschulderung, Saugrohr und Einstieg. Der Lüftungsdurm war weiter hinten. Ja, das ist schon dieses Beispiel, was ich Ihnen in der vorherigen Folie gezeigt habe, wo man einen sehr beengten Einbau hat, wo man dann praktisch, hier sieht man nochmal diese Anschlagsmittel, die man dort integrieren kann, dass man die dann dort reinsetzt und dort montiert. Oder man macht es mit Traversen und nur mit Gurten und montiert die ganze Sache ebenfalls auch mit dem Bagger. Das ist so ein Beispiel, wo ich sage, okay, hier hat der Kran praktisch nur abgarten und dann hat man das mit dem Bagger zusammen gedrückt. Das ist ein Beispiel von einem kleineren Löschwasserbehälter. Hier ist es aufgrund der Einbautiefe, hier unten drunter war, man sieht es, felsicher Untergrund. Man konnte nicht großartig mehr in die Tiefe gehen. Deswegen haben wir dann die Nennweide reduziert, sind auf DN2200 gegangen, haben eine relativ geringe Überdeckung, was auch mit den Rohren, mit den Steifigkeiten, die wir zur Verfügung haben. SN2500, SN5000, SN2200, SN2500 auch so lösen können. Grundsätzlich bei den Steifigkeiten ist es so, wir haben standardmäßig erst mal SN2500 für diese Behälter vorgesehen. Es ist so ausgerechnet, dass man sagt, knapp bei Meter Überdeckung, bis ein Meter 20 Überdeckung, ist damit gewährleistet, dass man eine Verkehrslast von SLW60 mit den Rohren aushält und diese dort auch im Verkehrsbereich eingebaut werden können. Wenn man jetzt diese Überdeckung aus irgendwelchen Gründen reduzieren muss, kann man dann auch auf höhere Steifigkeiten gehen und kann das dann optional anpassen. Ich habe eine Frage dazu. Und zwar bei so einer geringen Überdeckung, wie sieht das da mit dem Frostschutz aus? Hier war es so, dass praktisch die Straße noch ein bisschen höher kam. Wir hatten ungefähr 80 Zentimeter Überdeckung. Ich sage mal so, gut, die Frostfreiheit, das muss man dann malungstechnisch irgendwo mit berücksichtigen. Man könnte zum Beispiel jetzt auch sagen, man nimmt Schaumglas-Schotter und baut den im oberen Bereich ein. Der wirkt wärmedämmend und auch, ich nenne es mal, zumindest stabilisierend. Man kann den einbauen wie eine Frostschutzschicht und erreicht damit einen gewissen Grad auch an Dämmung. Das ist möglich. Ansonsten muss man gucken. Ich wollte sagen, man muss es also bei der Planung von vornherein berücksichtigen. Das müsste man vorher bei der Planung mit berücksichtigen. Richtig. Okay. Gut. Ich wäre in der Richtung fertig mit meiner Ausführung. Wenn es dazu noch Fragen gäbe, gerne. Okay. Ich warte mal, ob noch was kommt. Oh, da kommt sogar auch gleich eine ziemlich lange. Ich lese die mal vor. Sind Vollwand-GFK-Tanks eigentlich auch gemäß VDS als Behälter für Sprinkleranlagen genehmigungsfähig oder ist dies nach wie vor auf Start und Beton beschränkt? Das ist eine Frage, die ich leider jetzt nicht beantworten kann. Ich weiß, wir haben Tanks schon auch für Sprinkleranlagen gebaut. Allerdings muss ich ehrlich sagen, waren wir da nicht in die Planung involviert. Es wurde angefragt, ob wir einen Tank bauen können. Wir haben den geliefert. Planungsseitig waren wir da nicht in die Planung involviert. Tut mir leid, da kann ich dazu nichts sagen. Das heißt also, von unserer Seite als Lieferant, als Hersteller können wir es auf jeden Fall machen. Und von Planungssicht, da müsste man sich dann nochmal vielleicht sonder zu verständen. Genau so. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Ja. Ich habe noch eine Frage. Was ist, wenn der Grundwasserstand für das GOK steht? Grundsätzlich ist es so, sage ich mal, die Rohre oder die Behälter sind auftriebssicher, wenn man als Faustformel nimmt, eine Mindestüberdeckung von 0,75 dn. Sprich, bei den 2400 zum Beispiel sind es 1,25 Meter oder 1,30 Meter. Bei drei Metern müssten es ungefähr so 1,75 Meter sein, die ich bräuchte, wenn das Wasser bis Oberkante Gelände steht. Wenn man jetzt mal rein konstruktiv sieht und sagt, man hat einen Einstiegsdurm, setzt dort einen Konus mit 60 Zentimetern drauf. Mein Durm ist selber schon, sage ich mal, 30 Zentimeter. Und obendrauf noch eine Abdeckung, bin ich in den meisten Fällen irgendwo knapp bei einem Meter Überdeckung. Das heißt, ich habe dort nicht mehr so sehr viel, um bei wirklich Grundwasser bis Oberkante Gelände noch was konstruktiv noch zu ändern. Man könnte im Endeffekt eins machen, dass ich dann über eine Auftriebssicherung nachdenke. Man könnte da zum Beispiel sagen, wir nehmen ein Geogitter, legen das praktisch über die Rohre, die Rohre bis zum Kämpfer, gehen zur Seite raus und versuchen dort noch Erdlast links und rechts zu aktivieren, was ich dann praktisch wie einen Sattel über das Rohr drüberlege. Mit sowas kann man praktisch die Auflast noch erhöhen und kann dann die fehlenden, ich nenne mal das fehlende Gewicht, was man dann noch braucht, um die Auftriebssicherheit zu gewährleisten, somit aktivieren. Es gibt auch andere Möglichkeiten, dass ich sage, ich mache dann praktisch, lege, ich nenne es mal, Betonplatten bzw. lege Streifenfundamente und müsste dann die Behältersegmente dort mittels Spannbändern aus Kunststoff oder aus Edelstahl dort befestigen. Somit könnte ich dann auch eine Auftriebssicherheit herstellen. Grundsätzlich, wie gesagt, bei Grundwasser bis Oberkante Gelände, dem Worst Case, brauchen wir ungefähr eine Mindestüberdeckung von 0,75 dn, ohne dass wir irgendwo konstruktiv eingreifen müssen. Und wenn wir eingreifen müssen oder wenn eingegreifen werden muss, dann gibt es dafür auch verschiedene Lösungen, über die man einfach reden muss. Ja, können wir auch noch verschiedene Lösungen dann anbieten. Müssten wir, kurz zur Rücksprache bei uns mit der Anwendungstechnik, aber da gibt es verschiedene Lösungsansätze, die wir auch schon so praktiziert haben, wo wir praktisch dort auch den Kunden unterstützen können. Die Fragen kommen und sie bleiben weiter und kommen. Und zwar die nächste Frage. Wie sieht es mit der Verfüllung der Bauprobe aus? Was muss beachtet werden? Welches Material soll verwendet werden? Da würde ich gerne auf unsere Verlegeanleitung hinweisen, die wir im Netz finden. Grundsätzlich ist es so, dass der Behälter ist, ich nenne es mal so, eine große Rohrleitung. Also in der Richtung müssten wir sie dann auch behandeln. Das heißt, ich müsste nach der 1610 praktisch ein Rohrauflager bringen. Ich müsste eine Bettung bringen, ich müsste mich mit dem Bettungsmaterial beschäftigen, was Sand-Kies-Auflage oder gebrochen oder rundgründig sein kann. In gewissen Abstufungen bei diesen großen Nennweidungen etwa bis 22 beziehungsweise 30 Millimeter. Man kann danach, also wenn ich die Rohrumhüllung und praktisch die Bettung damit realisiert habe, mit normalen Boden weiter verfüllen. Man kann mit den Gedanken spielen, dass man sagt, okay, ich nehme Flüssigboden zur Verfüllung. Dann sollte man sich überlegen, wie ich die Sache mit der Auftriebssicherung während des Flüssigbodeneinbaus gestalte. Ansonsten, wie gesagt, ist der Bodeneinbau oder beziehungsweise die Bodenqualität eigentlich definiert aus den Angaben aus der Rohrstatik, die wir für diese Behälter auch mitliefern. Und hier ist es so der Fall, wir liefern eine prüffähige Statik kostenlos mit. Der Kunde muss uns im Endeffekt in einem Formblatt die Bodenarten und die Bausteinbedingungen angeben und er bekommt dann von uns die Statik dafür und dort steht drin, mit welchem Material er einbauen kann. Bei unseren Angeboten ist es meistens so, dass wir grundsätzlich erstmal Randparameter definieren, wo wir sagen, okay, in diesen Randparametern funktioniert das auf alle Fälle. Wenn die vor Ort nicht da sind, muss man sich, wie gesagt, mit den Statikern unterhalten und sagen, okay, was haben wir denn da und dann wird es überprüft und dann gegebenenfalls angepasst. Das ist kein Problem. Und bei den Bildern, die wir hier auf der letzten Folie sehen, da sieht man ja auch ein bisschen, wie die Bettung aussieht, wenn ich es richtig überprüfe. Ja, richtig. Hier muss man auch sagen, hier sind es größtenteils Behälter, sowohl Trink- als auch Löschwasserbehälter, die hier da liegen und erstmal im Montagestadion man die sieht. Hier sieht man noch nicht großartig viel mit der Anfüllung. Und bei diesen großen Behälterteilen machen wir es meistens so, dass wir erst während der Montage erstmal einen geraden Untergrund machen, dass wir den Behälter ordentlich montieren können. Und dann kommt die Verfüllung. Gut, nächste Frage. Man kann aber auch über einen Löschwasserbrunnen nachdenken. Ach nee, das war gerade eine Frage, das war ein Kommentar. Das ist richtig, man kann auch über einen Löschwasserbrunnen nachdenken. Ja, genau. Danke für diesen Kommentar. Jetzt wieder eine Frage. Die Konstruktion zielt vermutlich auf Befüllung mit Trinkwasser ab. Wie sieht es aus, wenn der Behälter im Durchlauf mit Regenwasser befüllt werden soll? Gibt es einen Systemschacht als Absetzschacht, der vorgeschaltet werden kann? Das ist sicherlich machbar, richtig. Also wir können genauso sagen auch, dass wir Regenwasser dort einfüllen. AmiBlue bietet ja auch Schächte in verschiedensten Ausführungen an. Und dort ist es auch machbar, einen AmiBlue-Schacht, kleinere Nennweite im Gewegen als Absetzschacht oder sowas einzusetzen, um dann von dort aus, also vorgeschaltet vor dem Behälter, das praktisch dann, das Wasser dann dort einzuleiten. Man kann es auch in Kombination machen, dass man sagt, okay, den Schacht setzen wir gleich vorne ran, dort wird gleich der Behälter angekuppelt und man zieht von dort aus dann das Wasser. Das ist kein Problem. Das müsste man sich dann aber individuell anschauen. Das, was ich hier beschrieben habe, ist tatsächlich, ich nenne es mal der normale Standard, den Sie auch bei anderen Rohrherstellern finden, ein Röhrenbehälter mit den Anschlüssen, die ich brauche für ein Löschwasserentnahme. Und wo man sich dann überlegen muss, wie bringe ich den Anschluss, wie bringe ich das Wasser in den Behälter rein? Entweder ich bringe es wieder über den Sauganschluss rein oder ich bringe es entweder hinten über einen separaten Anschluss, wo ich mir dann natürlich überlegen muss, welches Wasser ich dort anbringe und ob ich dort gegebenenfalls noch ein paar Bauwerke zuvorsetzen muss, um dort praktisch die Qualität des Wassers, nenne ich es mal, zu gewährleisten für den Löschwasserbehälter. Aber wenn die Anforderungen andere sind, dann kann man natürlich über eine andere Lösung auch nachdenken. Genau so ist es. Im Chat sind gerade keine Fragen mehr, aber ich habe noch eine Frage. Du hast vorhin gesprochen von der Standardlösung. Standardlösung, da hast du ja auch die unterschiedlichen, ich mache mal ganz kurz die Folie wieder an, wenn ich davon ganz kurz so frei sein darf. Ja. Da hast du von den Standardbaulängen gesprochen und dass diese Standardbaulängen dann auch in einer entsprechenden adäquaten Lieferzeit geliefert werden können. Von wie viel, von was für eine Lieferzeit reden wir denn? Ungefähr so Pi mal Daumen. Aktuell. Ja, derzeit, ich sage mal so, es ist, wie ist das Prozedere? Es gibt ein Angebot, das Angebot wird beauftragt. Wir schicken eine Zeichnung, die Zeichnung wird freigegeben. Nach der freigegebenen Zeichnung brauchen wir etwa sechs bis acht Wochen. Okay. Okay, ich habe noch eine Frage. Und zwar, welche Nutzungsdauer haben die Behälter? GfK an sich ist eingestuft, also in dieser Nutzungsdauer etwa bei 50 Jahren. Ja. 50 bis 150 Jahre, also wir haben es interpoliert, wir haben praktisch die Behälter, die Werkstoffe in der Werkstoffprüfung und dort aus diesen gewonnenen Ergebnissen kann man interlieren, kann sagen, okay, Lebensdauer 150 Jahre, Nutzungsdesign in der Norm tatsächlich selber für diese Rohre ist als Minimum angegeben, dass sie mindestens 50 Jahre Betriebszeit nutzbar sein müssen. Die Rohre an sich sind aber ausgelegt, dass diese Mindestanforderung einiges überstiegen ist. Also da hat man die Sicherheit, dass die nicht nur nach 50 Jahren dann praktisch kaputt gehen, sondern das ist die angegebene, die vorgeschriebene Mindestnutzungsdauer und die Rohre sind mit Sicherheit ausgelegt und dadurch kann man sagen, das, was die Rohre dann mitbringen, dass man sagen kann, wirklich 100 bis 150 Jahre. Dafür sind ja unsere Rohre generell ausgelegt, stimmt. Genau. So, schau mal, ich nehme einen Tipp noch, mal gucken, ob noch eine Frage kommt. Dann von mir noch mal eine Frage, ich gehe mal eine Folie noch weiter davor und zwar hast du hier ein paar Konstruktionen gezeigt. Ich nehme mal an, diese Konstruktionsarten, die sind natürlich davon abhängig, wie das Gelände ist, wie das Projekt generell gestaltet ist, wo das hinbekommen ist, oder? Das ist einfach eine Frage des Platzes auf der Baustelle, also wo das Projekt stattfindet, also auf der Baustelle vor Ort. Je nachdem, habe ich den Platz, kann ich den Behälter so setzen, dass ich praktisch hier in dem Bereich bin, dass auch hier die Rohre sein können, muss ich sie versetzen, weil ich sage, okay, der liegt in der Straße drin und ich muss die Saalrohre rausführen. Habe ich nicht den Platz in der Länge, muss ich das in mehreren Einzelbehältern praktisch realisieren oder liegt der tatsächlich in der Straße und im Grundstück, wo ich um die Ecke muss. Möglich ist auch, da ich sage, ich mache einen Tee oder ich mache eine Batterie oder wie auch immer. Da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Alles, was man aus den Rohren machen kann, ist machbar. Wie gesagt, muss man sich vorher unterhalten. Ich bin jetzt erst mal auf den Standort ausgegangen, habe gesagt, hier, das ist der Standardbehälter. Alles andere ist machbar, muss man sich vorher, ich sage mal, in der Planungsphase drüber unterhalten, was geht und was nicht geht. Also wie immer bei uns. Genau so. So. Es sind keine Fragen mehr da. Jemand hat sich bedankt. Für den Groß gibt er auch noch. Und ansonsten, ja, keine Fragen mehr. Ich habe auch keine Fragen mehr. Wenn du noch keine weiteren Ausführungen hast, würde ich sagen, machen wir jetzt auch hier an Schluss. Alles klar. Ja, oder hast du noch was, was du gerne ergänzen möchtest? Nein. Gut. Hätte ja sein können. Gut. Wenn jemand noch Fragen hat, das ist ihre letzte Chance, der letzte Aufruf sozusagen. Ansonsten beenden wir heute das Webinar jetzt. Und ich glaube, jetzt kommen sie noch. Viele Dankeschön. Genau. Möchte ich auch gerne weitergeben. An dich, Uwe. Okay. Danke zurück. Ja. Ich freue mich, dass Sie alle da waren. Wie immer bei uns wurde diese Veranstaltung aufgenommen. Wir werden sie in einigen Tagen auf die Webseite setzen und veröffentlichen. Alle anderen, alle bisherigen Termine oder Themen wurden ebenfalls aufgezeichnet. sind auf unserer Webseite Einsichtbar. Und ich möchte auch schon einladen für nächste Woche. Da ist unser Thema Vortrieb. Und unsere Expertin Manuela Wendt wird Ihnen dann nochmal alles zu den Grundlagen und zur Planung mit Vortrieb, zum Vortrieb mit Ami Bluth, die Fragen wollen erzielen. Und natürlich auch für Fragen zur Verfügung stellen. Danke, dass Sie da waren. Und einen wunderschönen Tag noch. Tschüss. 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 Vielen Dank.